Hallo liebe Fußballfreunde, ja das Champions-League-Achtelfinale-Hinspiel Leipzig gegen Real Madrid. Heute Abend um 21 Uhr, der 5. der Bundesliga gegen La Liga Platz 1. Hier sehen wir gerade die Abschlusstabellen der Champions-League-Vorrunde. Ja, Leipzig hinter Manchester City auf Platz 2 haben das super gemacht. Super abgeschlossen, die Gruppe mit 12 Punkten. Und Real Madrid als Gruppenerste alle 6 Champions-League-Spiele, Vorrundspiele gewonnen. Auch super gemacht. Dann schauen wir uns mal die letzten Ligaspiele beider Teams an. Ja, Leipzig beim FC Augsburg letzte Woche ein 2 zu 2 unentschieden. Ja, und Real Madrid ein sehr starkes 4 zu 0 Heimsieg gegen FC Girona. Dann kommen wir zu den Top-Tor-Jägern beider Teams. Ja, bei Leipzig natürlich Luis Openda, 15 Bundesliga-Tore und 4 Tore auch in der aktuellen Champions-League. Ja, bei Real Madrid wäre natürlich Jude Bellingham der Top-Tor-Jäger im beiden Wettbewerb. Aber Bellingham fällt aus in dieser Partie und daher der beste aktive Tor-Jäger ist derzeit Rodrigo. So, liebe Fußballfreunde, dann schauen wir mal auf die möglichen Aufstellungen dieser Champions-League-Partie Leipzig gegen Real Madrid. Ja, die Leipziger können in Top-Aufstellungen gegen Real Madrid antreten. Und wie gesagt, bei Real Madrid fehlt der beste Spieler zurzeit Jude Bellingham. Vielleicht ist das diese Chance für Leipzig zu Hause etwas zu reißen. Dann schauen wir uns nochmal die Champions-League-Abschlusstabelle an, wie beide Teams gespielt haben. Wie gesagt, Leipzig viermal gewonnen, zwei Niederlagen. Und Real Madrid hat alle sechs Champions-League-Vorrundespielen gewonnen. Die letzten sechs Bundesligaspiele sieht bei Leipzig so aus, insgesamt zwei Unentschieden, ein Sieg nur und drei Niederlagen. Und das Ganze sieht natürlich bei Real Madrid in der La Liga ganz anders aus, fünf Siege und ein Unentschieden. Daher muss man schon sagen, dass Real Madrid natürlich Top-Favorit in dieser Partie ist. So, die letzten beiden Champions-League-Spiele beider Teams gegeneinander. Da hat Leipzig das letzte Spiel zu Hause 3 zu 2 gegen Real Madrid gewonnen und vorher bei Madrid 2 zu 0 verloren. So, liebe Fußballfreunde, mein Tipp für Leipzig gegen Real Madrid ist leider eine 2 zu 1 Heim-Niederlage für Leipzig. Was ist euer Tipp? Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Leipzig zu Hause gewinnt. Hat's euch Spaß gemacht? Dann danke für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Fußballecke. Bis dann. Tschüss.